Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem neuen Star-Mid-O-Gaming und heute ist mir heute, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Vorsau aufweisen 5 Wie ihr schon hören könnt, bin ich krank? Ich klinge wahrscheinlich auch komplett anders als sonst Ich versuche gerade mich zu bemühen, so zu klingen wie auch sonst aber funktioniert nicht perfekt Ja, meine Nase, es kommt nicht zu Ich habe Husten, alles, was man so hat, wenn man krank ist Gut, nicht alles, aber Wir können die Autos abholen, eine Dodge Viper Sieht sehr geil aus Ich glaube, wir fahren heute mal mit der Dodge Viper auf, ja So, dann holen wir nochmal hier den Ford Okay Zur Info, die haben wir durch die Scheunfünde gefunden, genau Deswegen sind die jetzt hier drin Ich habe Alex erzählt, dass es ein Jimmy ist Äh, in Upgrades und Tuning, wobei, ne, da kann man nicht nur upgraden Wir gehen in meinen Fuhrpark rein Boah Meine Nase, die regt mich auf Out 10 nehmen, oder den RS 7 Das ist das Auto, was ich mir eigentlich holen will In WeLive So lang das Geld stimmt, dann passt es Oder hier ein RS3, aber nicht 2011, sondern Natürlich ein neuesten Können wir mal kurz gucken Cupra Oh, der kostet 2 Millionen Das ist Cupra einfach, okay Äh, Dodge wollte ich gucken Dodge Viper Ja, okay, dann fahren wir einfach mit Dem guten alten Audi RS 7 Sportback Und gucken uns mal den Sound an Beziehungsweise wir hören den Sound an Weil gucken kann man den nicht Ähm, und ja, ich esse mal kurz hier Oder ich nehme hier mal kurz ein bisschen von einem Apfel Gut, dann fahren wir doch mal Okay Okay, alles klar Zur Info Wenn dieses Bild kacke ist, liegt es nicht an mir Sondern an den Streamqualität Weil ihr müsst wissen Dieses Spiel habe ich verbunden Beziehungsweise ist eine Streamblock tragen von der Xbox Das heißt, könnte mal Ruckler geben Wir machen kurz einen Soundcheck Geht nicht, weil LC drin ist Boah Der Sound ist auch schon geil Achso, was ich gucken wollte ist Ähm, nach einem Rennen Ja, in der letzten Folge haben wir Ähm, das hier gemacht Machen wir doch heute mal Blitzzone Okay, aber wenn ich das machen will Dann brauche ich tatsächlich ein anderes Auto Wenn ich das machen will Dann brauche ich tatsächlich wieder den Bugatti Links abbiegen So, wir holen uns mal kurz den Bugatti Weil der ist nämlich schneller Machen wir dann die nächsten Folge Vom Audi RS7 Boah, dieses Haus muss ja auch mal Irgendwie ändern, wenn man das kann So Meine Autos Bugatti Bugatti ist hier vorne Dann wollen wir nicht so weit weg Das ist doch geil Wir haben auch nur einen Und der kostet einfach 3 Millionen Und die Geschwindigkeit Ist auch auf 10 Boah Dieser Husten, der regt mich ein bisschen auf Ganz ehrlich Der nervt wirklich in den Videos Aber ich kann das auch schlecht rausschneiden Weil Jedes Mal, wenn ich huste Muss ich das ja rausschneiden So, dass ich ja kacke Wenn ich vielleicht mal einen Cutter habe Dann könnte ich es machen Aber auch nur dann Ich hab mir jetzt gar nicht geguckt Welcher Bugatti das eigentlich ist Aber egal Müssen wir nicht denn In 100 Metern Links abbiegen Links abbiegen Okay Wer steht denn da auf dem Parkplatz Lass ihn mal kurz besuchen gehen Moin, moin Ah, das ist auch ProGS Ich glaube, wir haben da einfach nur geparkt Go Hab ich nicht gesehen Let's go Ich weiß gar nicht, ist das Ein Auto, was sehr schnell ist Aber Gini's waren ja eigentlich auch recht schnell hier in Forza Okay, okay 500 Meter noch Go Richtig Kacke Fehlgeschlagen Nicht mit mir Nicht mit mir Hab ich gesagt Das ist geil Dass man auch zurückspulen kann Tatsächlich So Darf man das jetzt doch machen? Nö, ich hab schon fehlgeschlagen Gut Dann probieren wir das jetzt 100 Mal aus Bis ich es geschafft hab Ich weiß gar nicht Kann man das auch so rückwärts machen? Oh ja, tatsächlich Okay Das ist ja geil Mach ich das lieber von hier So Uh Schaff ich Schaff ich Schaff ich Schaff ich So Ja Ja Ich glaub das war wieder genau gleich Kann das sein Jo Okay Lassen wir das erstmal so sein Was ist das denn hier? Beschleunigungsstrecke Anfänger Schieße Schleunigungsstrecke Anfänger Machen wir das doch mal So Let's go Ja Ja okay Jetzt hab ich hier Den Kack Gut Ich bin auch kompletter am Arsch Schnelldorf gelandet Aber macht auch nix So Beschleunigungsstrecke Muss ich mal kurz gucken Was man hier unbedingt machen muss Aber Mit der Baum Kann man hier einfach nur beschleunigen Oder was? Du hast dein Ziel erreicht Veranstaltung betreten Ja das mach ich doch gerne Solo Ja Solo Ja das die ne Kann ich das machen? Jo Empfohlen Lamborghini Bronze Edition 2011 Ach das sind jetzt die Mit den ganzen Wir machen erstmal den Um zu gucken wie das Funktioniert Hä Es hat ja ne 10 Von der Beschleunigung her Also müsste es eigentlich mal zu sein Aber mal gucken Gucken mal Gucken mal Gucken mal So können sie bitte Ja Danke Ich hab mich den ganzen Tag Seit hier Vorsorgeweisen Sprendveranstaltung starten Hab ich nicht gesagt Solo Achso, nicht Teams wahrscheinlich. Boah, Junge, die Beschleunigung ist ja absolut geil. Wir hängen mir relativ onze-dingsbums. Bruder, ich fahre mit 400 Kameraden fast hier drüber. Jetzt verliere ich sie. Junge, ist dieser Bugatti schnell. Bam! Erster, easy win mit dem Bugatti. Also der Bugatti ist auch wirklich das schnellste Auto, was ich habe gerade. Mhm. Ja, Bugatti Divo. Ah, das ist der Bugatti Divo. Okay, okay. So. Ich will nämlich jetzt erstmal alles hier auf dieser Dingsbums fertig haben. Damit ich dann irgendwie weiterkomme. Weil ich komme ja generell, wenn ich die Sachen fertig mache, irgendwie weiter. Und vielleicht mache ich auch mal einen Stream daraus. Weil ich glaube, man kriegt das irgendwie nicht, glaube ich, alles in dem Video hin. Weiß ich aber nicht. Musste man mal gucken, ja? Muss man da mal gucken. Okay, da bin ich wieder. So. So. All zu gut. Wir haben das erfolgreich abgeschlossen. Das sieht man da auch. Was ist das hier? Äh, Radtere auf einen schlägelegten Flugplatz mitten durch den mexikanischen Dschungel. Flugplatz, Querfeldeinstrecke, Flugplatz, Querfeldeinstrecke, Anfänger und dann gibt es einmal Profi. Okay. Ich würde sagen, diese beiden Sachen machen wir in einem neuen Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Kommentar da. Schaut euch, ob ihr euch selber vorbei ist. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Ja, habt einen traumhaften Tag. Achso. Aktiviert natürlich die geile Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr wisst Bescheid. Jetzt aber. Haut rein und euer Sandow. Ciao, ciao. Outro